Flor, erzähl mal, wo wir hier sind und was wir hier machen. Stuttgart. Schmusik. Und bist du zufrieden mit der Gesamtsituation? Naja, es ist etwas warm, aber es ist ja schön für Sommer. Es ist nur die Frage, wie du dich vorher angezogen hast. Und bist du zufrieden mit der Gesamtsituation? Und bist du zufrieden mit der Gesamtsituation? Und bist du zufrieden mit der Gesamtsituation? Aaaaah! 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 So, wir sind jetzt bei Tag 29 unserer Sogut-Tor 2011. Es ist der letzte Tag. Wir haben es nicht ganz geschafft, 30 Tage unterwegs zu sein. Wir mussten einen Tag einräumen, an dem wir mal nichts machen. Aber heute beenden wir die Tour hier in Karlsruhe. Das ist der letzte Tag. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr, da wird es eine weitere Tour geben und auch im August und im September sind wir natürlich weiterhin unterwegs. Dann wieder vielmehr in Dresden und Leipzig und wenn ihr natürlich über alles Bescheid wissen wollt, dann tragt euch unter www.stierbruch.tv in unseren Newsletter. Kostenlos ein.